Am meisten freue ich mich auf die Personen, die immer noch da arbeiten, womit ich mit sehr viel Lust gearbeitet habe. Vor allen Dingen auch der Spieler Julian Brandt. Den kenne ich noch von Leverkusen. Also das war ein sehr, sehr guter Spieler. Und deshalb freut mich, ihn wiederzusehen morgen. Das am meisten. Also das Wichtigste sind die Spiele. Man muss gute Spiele haben. Mit guten Spielen kann man so konstant funktionieren. Und wir haben sehr gute Spiele. Wirklich. Und deshalb haben wir in der Eredivisie eine sehr gute Saison. Aber auch in der Champions League. Für mich vor allen Dingen Leverkusen. Das freut mich wirklich. Weil ich habe dort viel länger gearbeitet. So zweieinhalb Jahre. Und noch viele Spieler, die noch da sind, waren auch, wenn ich da war, schon da. Und das freut mich wirklich. Auch für Staff. Die Jungs, die sind noch da. Wir sind immer noch in Kontakt miteinander. Und das freut mich wirklich, dass die hoffentlich diese Saison es schaffen. Dass die Bayern mal kein Meister werden. Und dass Leverkusen es schafft. Und die sind wirklich gut unterwegs. Nicht nur, weil die das letzte Spiel gegen Bayern gewonnen haben. Aber die spielen auch richtig gutes Fußball. Sie sind sehr konstant. Und ich glaube, dass es dieses Jahr wirklich, dass die es schaffen sollen. und Ioan Wasser, das ja dann ist. Und das ist es sehr, sehr, sehr gut. Und das ist das. Und ich glaube, dass die Auerkund hat. Und da, dass die haben. Vielen Dank.